Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Wie, wie zwei Wochen kein, kein Video Ja und heute gibt es ein ganz gediegenes Minecraft Video Aber nicht ein normales, weil das gibt es auf meinem Kanal Überhaupt nicht So und wir spielen heute eine ganz gediebte Runde Quick Swirl Games Aber nicht eine ganz normale Runde Quick Swirl Games Sondern eine Runde mit dieser App hier, Speech Jammer Und ähm, was macht diese App? Diese App macht dann, ich hab dann so meine Kopfhörer auf hier Und ähm, mit dieser App werde ich dann kaum mehr sprechen können Also so Revieren betrunken, da werde ich schon sprechen Das wird auf dem Fall eine lustige Angelegenheit Und dann würde ich sagen, Video ab dafür So und da sind wir jetzt auch schon wieder zurück Ich kann nicht reden, Leute Ich hab jetzt die App installiert Und ich spiele jetzt eine Runde Quick Swirl Games Und mal schauen, wie das Ganze ist So und ähm, ich kann nicht gut reden Ich hab schon lange nicht mehr an meinem Fall gespielt Ich hab schon lange nicht mehr gespielt Und ähm, ich probier jetzt Ähm, die App ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlegt Und ähm, oh Ich hab kein Schwert Und ich brauche Ich brauche ein Schwert für das Überleben Und äh, ein Schwert, ein Schwert Oh nein, ich brauche, ich muss aufpassen Ein bisschen Und auf jeden Fall, Leute Ähm, hab ich äh, von Ich kann einfach nicht re- Ich kann einfach nicht ran Ich kann nicht reden Es ist so belastend Mein, mein Gehirn ist, es raucht, Mann Äh, oh Ich höre meine Stimme Ungefähr 40.000 Mal 40.000 Mal Und ich schrei Und ich schrei wahrscheinlich Durch die Gähne Oh nein Oh nein Oh mein Gott, nein Nein Bitte Fick dich Oh 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 Ja Ja Ich hab ihn gekriegt Pass auf, was auf Ich kann nicht mehr Ich kann nicht reden, Mann Mein Gehirn Ich hab ihn gekriegt Pass auf, was auf Ich kann nicht mehr Ich kann nicht reden, Mann Mein Gehirn Mein Gehirn, Mann, Leute Es ist einfach ein Unglaube Ich hab dich reden Ich probier Ich probier Ich probier jetzt einen Satz zu sagen Zum Beispiel Ich heiße Der Pumpkin Und mache gute Videos Auf YouTube Ja Äh, der So Aber ihr müsst das auf jeden Fall Auch mal ausprobieren Und, ähm Wenn ihr das ausprobiert habt Dann Äh Wenn ihr das dann ausprobiert habt Dann 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 Geht ihr nicht mehr wieder zurück Dann geht ihr nie wieder saufen Weil Oh Ich muss das essen Ich muss das essen Und jetzt Go, go, go Ja Nein Yes Oh, oh, oh Das ist die erste Runde Das ist die erste Runde Das ist die erste Runde, Leute Ich kann nicht einfach nicht reden BAM Fick dich, Baby Oh, mein Gott, Baby I'm gonna fuck you, Williams Nein Ich will nicht kriegen Ich kann wirklich nicht so einen richtigen ganzen Satz reden Oh, hier Hier Cosi XP Oh, ha Yes Er ist runtergefallen Ich hab den Kille gekriegt Baby Und jetzt den letzten Wo ist der Wo ist der Wo ist der Gegner Da hinten ist der Gegner Jetzt wird er natürlich mit dem Bogen Aber etwas Gutes hat es Dass er nicht richtig Ich rede Weil So kann ich besser zocken, Mann Besser zocken, besser zocken Besser sucht, Mann Oh 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 Runter mit dir Oh, der ist richtig schlecht Oh Ich will den Hübelstabberrecken So Jetzt Oh Jetzt werden Mittag Gefeiert So So, jetzt Der hat überhaupt keine Chance Oh 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 Here we go Yes Oh Oh Ich bin der Beste Ich bin der Papacke Oh Oh Ich hör mich jetzt nicht mehr Aber ist ja egal Jetzt kann ich wieder reden Und ich würde sagen, Leute Wir sehen uns gleich wieder In der nächsten Runde Wo ich dann wieder Übels abkacke Bis gleich So Und dann sind wir wieder zurück Zu einer neuen Runde Auf Der neuen Map Glaube ich Hotel oder sowas Heißt Und ja Mal einfach loslegen Ich hab ein Video Vor ein paar Tagen gesehen Wo Wo halt diese App vorgestellt wurde Und ich fand die Übel lustig Und da hab ich mir einfach gedacht Poker ich mal hoch Meine Baby Ich kann einfach wirklich nicht reden Ich glaub Niemand verstehe meine Worte Was ich halt sage Den holen wir uns Der hat's richtig schlecht Gehen wir einfach mal raus Baby Eine neue Runde Tut's auch So Das sind wir wieder auf der Map Wundervoll Das Zwei glaube ich Oder sowas Und ähm Vorhin wollte ich Was sagen Wenn Ich nicht Alkohol Ich trinke ja Keine Alkohol Und ich trinke ja Keine Alkohol Und wenn ich Alkohol trinken würde Würde man vielleicht Jetzt Merken Wie ich halt so Tönen würde Wenn ich halt Alkohol trinken würde Würde Ah Der hat wieder Gutes Ja Wir haben ihn gekriegt Yes Yes Oh Oh Hier ist ein Schwert Oh Pass auf Jetzt Pass auf Digga Nein Ja Kein Schwert Baby Sorry Digga Aber Ich musste dich Killen Digga Aber Aber Alles Alles klar So Einer hinter mir Okay Stressig Stress Stressig Der kill Ich Den kill Nein Oh Belasten Ja Ja Sieht gut aus Jahu Nein Jetzt erstmal rennen Erstmal rennen Gut Wir sind eigentlich Ziemlich gut geragt So Wir können eigentlich Das ganze reißen Ja Ja Das reiß ich Aber ich kann hier nicht Hinden Was ist da los Oh mein Gott Leute Was Was hat der drin Mann Der Adan Da dann mit Da dann mit So Ich kann nicht killen Ich lass ihn noch ein bisschen laufen Bis zum deathmatch Und ähm Ich brauche Ich brauche Nicht zu wissen Oh ne Oh ja Äh Jetzt so Und jetzt erstmal Essen und wissen In Verteidigung gehen Weil Verteidigung ist Der beste Angriff Verteidigung ist Der beste Angriff Verteidigung Bester Angriff Baby Oh nein Das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh Oh Habe ich ihn geht Digga Ich staub einfach ab Gnadenlos Mann Gnadenlos Ich bin so kunst Ich bin so kunst Ich bin so kunst Das Video Weil ich hatte Diese Richtig Kopfhörer an Und es war richtig Belastend Mit diesen Kopfhörern So zu spielen Und ich würde sagen Wenn euch das Ganze Trotzdem gefallen hat Würde ich mich in Hobby und Pussy werden Und freund Und dann würde ich sagen Habt rein Bis zum nächsten Mal Das war euer Pumpkin Und Tschüss